Grüß euch einmal. Freut mich, dass ihr da seid. Wir starten da ganz oben beim Andi. Wenn Andi es okay gibt, dann fahren wir weg. Runde zu Runde werden wir immer kürzer, weil es öfters mal drüber kommt übers Becken. Der gewinnt natürlich. Wer untergeht, ist weg. Dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Glück. Der gewinnt natürlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.